Hallo, ich bekomme in letzter Zeit viele Anfragen bezüglich der Fettweckspritze, darum dieses kurze Informationsvideo. Die Fettweckspritze ist ein Soja-Extrakt, welches direkt in die Problemzonen injiziert werden kann und dort das Fett gezielt reduziert. Es ist in Deutschland ein Off-Label-Use. Man sollte nach BMI normgewichtig oder schlank sein, also jemand, der trotz Sport und guter Ernährung die Problemzonen nicht wegbekommt. Die Spritze eignet sich nicht zur Gewichtsreduktion. Die Injektion erfolgt in der Regel ca. 3 Mal im Abstand von ca. einem Monat. Danach sollte sich die Problemzone deutlich verbessert haben. Bei weiteren Fragen schreibt mich gerne an. Ansonsten vereinbart auch gerne ein Beratungsthema.